Hallihallo, herzlich willkommen zurück und wir machen dabei da, wo wir aufgehört haben und ich versuche das Ganze jetzt einfach nochmal mir ist nämlich aufgefallen, ich müsste vielleicht mal ein bisschen schneller klettern hier siehst du, jetzt rollen die mir auch vorwärts mit der Aktionstaste E Ha, ha Ha, ha Minipack, gib das her Nee, es geht ja jetzt schon wieder viel, viel Scheiße weiter Oh, hallo? Irgendwie spinnt gerade meine Steuerung ein wenig Aber naja Oh Gott, ich will nie Hey Cool, wer hat das gemacht? Bombe Äh, Mia redet schon wieder nie mit uns, aber... Ja, das ist... Entschuldigung! Hä? Bäm! Voll die Fresse! Ach, diesmal hier lang, okay Aber hier ist auch kein Vorsprung Du weißt, wenn du die Stute, wo wir gerade drüber gesprungen sind, einfach mal runterfallen lässt? Nee! Doch! Du, Stutz, willst mich schon wieder in den Tod schützen Ja! Du kennst nicht Äh, ich wäre da mal weitergeguckt Ja! Ja! Wo soll ich denn das wissen? Oh mein no! Wie geil! Ja! Diesmal ging das nie so gut Nee! Das ist schon wieder Bombe hier, ey! Die sprengt doch überhaupt ne, ey! Dann würde ich ein Melee-Pack nehmen Mh, Abfahrt Oh Mann! Ey Naja Warum hat das beim ersten Mal so gut geklappt? Und jetzt nie Konzentration Ey, weißt du, ich drück hier L, äh, Lärthase, Alter Teig uns deinen Fetten ab! Wie wär's, wenn du jetzt einfach mal auf die rechte Seite gehst und dich dann fallen lässt? Dann fällst du nimmer runter? Kann ich nie! Ich kann hier auf die rechte Seite! Achso, ist bitte! Ja Dann läuft dann aber klar oder weiter? Ja Kann denn sein, hier Weil sie es fallen lassen müssen Nee Wir hätten rechts rumgemusst Lauf! 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 Geil! Ich hab' vergessen zu rennen Ey! Ich drück die ganze L, äh, L, Leertaste Ey, ich will wieder Medi-Pack! Lauf! Lauf! Wie plant das an? Wells hee, wige! Lauf! L Larg W Das behauptet man. Oh, Entschuldigung. Ich habe jetzt total gerade vergessen, dass ich die aufnehme. Ich futter und futter. Ah ja, vielleicht musst du ein bisschen Ehren abspringen. Versuch das mal. Hä, warum springt die denn nicht? Bist du gerade auf den Ohren gelaufen? Wie geil ist das? Ah ja. Willst du mal probieren? Ja, bitte. Wenn du mir sagst, wie was probiert. Einfach bloß W und Leertaste. W ist vorwärtslaufen. So, jetzt ist Mia am Steuer. Passt auf, jetzt. Jetzt. Nee, bei mir macht es auch nie. Ich hab's versucht. Oh, Mann. So was regt mich dann oft, ey. Wenn dieses Spiel einfach zu scheiße kommt, wenn sie... Also zusammengebrochen wurde. Jetzt springt sie. Ja, aber jetzt nochmal. Ähm, ich würde sagen, wir machen einen Schnitt, bis ich da drüben bin. Sonst kann sie jetzt nur noch um Stunden handeln. Also wir machen noch weiter, wenn wir auf dem Hammer wieder sind. Ja, oder so. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt die große... Mal gucken wir auf Karte wieder runter. Die Stunde der Wahrheit. Oh, Mann. Ey, ich hab vergessen... Ja, ich hab vergessen, wie es mit schnelles Laufen geht. Scheiße. Okay, ich bin jetzt zwar nicht schnell gelaufen, aber es geht auch so. Lolo. 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 Tor. Der mächtigste meiner Söhne und die mächtigste Waffe auf Erden sind endlich wieder vereint. Wenn ich heimkehre, geweckt durch alte Rituale und Mjölnjes Macht, werden wir die Siegel von Helheim brechen und unser beider Schicksal erfüllen. Deshalb. Der erste Bö chyba auch nicht. Leinen Glas carved thee in den Tattepaie am See. Ich vers 세계 in der letzten區 Großburgräu oder genug Angebung der Söhne und die Au新 ahnen Himmel verboten. Oh, ich probiere theseEN Schicksal erfüllen. Jöni, der Fluch der Riesen und der Midgard-Schlange. Und was noch wichtiger ist, der Schlüssel nach Helheim, wo immer das sein mag. Es wird Zeit mit Nadler zu reden. Ja, wie schön, wie schön. Am Ende hat mir Amanda geholfen, die Königin von Atlantis zu finden und einzusperren. Und mit Thor's Hammer kann ich Nadler zwingen, mit mir den Weg nach Helheim zu verraten, bevor ich sie endgültig aus dieser Welt verbanne. Hä? Amanda hat ihr geholfen? Warum hilft dir Amanda? Das verstehe ich nicht. Hä? Komisch, komisch, komisch. Hä, 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 hä? Wie ihn jetzt, wie ihn jetzt, wie ihn jetzt? Okay. Wir nehmen das schwere Wider. Wir nehmen diesmal Maschinenpistolen. Ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt wieder auf irgendwelche mystischen Wesen treffen, die die Schrotflinte verdient haben. Bromberne ist übelst geil. Ja, jetzt lädt es wieder. Das kann sie nur eine Stunde annehmen. Bitte. Ey Leute, die... Hast du runter, bevor du mit den Leuten reinkommst? Ja, mir hat das so gedacht. So, jetzt geht sie wieder her. Äh. Ey, auf dem Schiff war ich doch schon mal. Ja. Ja, und das Schiff ist untergegangen. Was? Ja, das Schiff ist doch damals untergegangen. Tagebuch und so. So, was haben wir denn hier? Lieti-Leib-Eignis ist zwar... Ach, das ist uninteressant. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Thor's Hammer. Myrnia war die mächtige Waffe, mit der Thor zunächst gegen die Riesen kämpfte und während der Ragnarök schließlich die Midgard-Schlange vernichtete. Wer den Hammer führen will, braucht Thor's Gürtel und seine Handschuhe. Hammer. Diese Artefakte sind allesamt deutlich älter als ihr eigene Mythologie und die Menschen, die sie in aller Welt versteckt haben. Die nordische Mythologie betont zwar Myrnias schicksalhafte Rolle bei der Vernichtung der Midgard-Schlange, übersieht aber geflissend Licht, was ist das für ein Wort, das Letztere gleichzeitig nur durch ihn befreit werden kann. An der Tür, die zu Thor's Hammer führt, hat Odin folgende Worte in den Stein gemeißelt. Thor, der mächtigste meiner Söhne und die mächtigste Waffe auf Erdn sind endlich wieder vereint, wenn ich heimkehre. Ja, das hat man doch gerade, das hat sie ja vorgelesen. Durch die alte Rituale und Myrnia macht, werden wir die Siege von Helm brechen und unsere beiden Schicksal finden. Ich habe zwar nicht die geringste Lust, ein Schicksal zu erfüllen, das laut der nordischen Mythologie zum Untergang der Welt in der Schlacht Ragnarök führt, aber wenigstens habe ich jetzt Myrnia und kann mir von Nadler alle Informationen holen, die ich brauche. Was ist Myrnia? Der Hammer. Ja, der Hammer. Schwingen Sie Thor's Hammer mit H oder halten Sie G fest und drücken Sie E, um zuzuschlagen. Na, dann mach mal. H. Ja, warte doch mal. Ey, hör auf, irgendwas zu drücken jetzt hier. Ich möchte bitte erstmal kurz... Toll, ich habe null Medipacks, das wollte ich nämlich jetzt gerade gucken. Hey, ich denke, ich habe mehr an der es Hammer, bei dem ich verarsche. Wo sind Sie denn jetzt hin, da? Yay! Das ist ja wie, wie... Das ist ja wie... Das ist geil. Nein, 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 das ist wie... Ey, geh weg. Oh, ich scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Das ist ja wie, ähm... Excalibur, jetzt habe ich... Stand da gerade Nadler drauf? Ja, da stand gerade Nadler drauf. Ich kann mich jetzt schon wieder nicht festhalten. Nein, ich muss jetzt nicht schon wieder hier hoch. Alter, ich komme doch hier wieder nicht hoch. Wollen wir doch wetten. Okay, das ging ja diesmal besser als erwartet. So, und bäm. Herzlichen Glückwunsch. Also, mit dem Hammer werde ich jetzt bestimmt nicht mehr sterben durch Menschen. Hihi. Geschieht euch ja volle Kanne recht. Zumindest, ähm, machst du die Typen schneller tot als... Joa, ich weiß, sind hier noch welche? Och, schade. Ich wollte den voll ins Reintreschen. Bäm! Wie es fliegt? Ja, oder? Bäm! Oh, geil! Und er fliegt immer noch! So. Wo wollt ihr denn hier? Ey, geht weg! Nie mich attackieren hier. Ja, lach ruhig über meine Maus. Eines Tages wird sie sich rächen. Ja, jetzt nicht, wir schlottern jetzt schon die Knie. Ey, immer wenn ich bei diesen Treppen hier runterlaufe, versprichst du nicht. Ja, das ist Treppenstufen! Wie geil! Oh, hier bist du ja. da bist du ja, wo bist du, wo bist du, wo bist du, da bist du, da waren wir doch aber auch schon mal drin ja wahrscheinlich ist das die genaue Kopie von diesem Scheiß hab ich hier mal irgendwie jetzt endlich ein Medipack oder so man, man, immer, immer, sitz wieder zurück und seine Ecke, mal gucken, ne na, wenn du ohne Medipack da bist, scheiße, hast du jetzt den Hammer, aber die können nicht ja trotzdem treffen, wenn mehrere gleichzeitig da sind, das ist kacke ja, kein, kein Begrüßungskomitee hier drin kommt noch, wollen wir wetten was weißt du, dann, ey, das, das kenne ich schon boah, scheiß Kiste war im Weg ich hab kein einziges Medipack wolltest du nie in den Schwenkungsraum grad nachgucken? ja, warte ich boah, die kommen ja schon wieder hinterher aber, mhm ah, scheiße es ist echt ärgerlich ja klar, beschießt mich halt hinter den Kisten, willst du, das ist so sinnlos kein Medipack kein Medipack ich würd sagen, hier bei diesem Kontrollpunkt machen wir das nächste Mal weiter alles klar, bis dann ich glaub, wir sind jetzt langsam so fast am Ende mal gucken bis dahin, macht's gut tschüss tschüss b Vielen Dank.